Und wenn man sich so nicht einmal um Unterkunft, um gar nichts Sorgen machen möchte, dann bucht man das Festival Package. Wir haben eine großartige Kooperation mit dem Hotel Galanta, das genau gegenüber vom Schloss ist. Und da kommt man am Freitag und kriegt zwei Übernachtungen, zweimal Frühstück, das Ganze natürlich für zwei Personen und Festival Pass, das heißt am Freitag nach Eisenstadt kommen, Gepäck stehen lassen und sich dann ins Festival Reigen einfach reinschmeißen. Das bedeutet für die Eisenstädter oder für die Menschen aus der Umgebung oder für Wien oder für Graz, man kann zu einem einzelnen Konzert kommen, man kann sich ein Festival Pass buchen, das ist ziemlich günstig. Ab 120 Euro hat man alle Veranstaltungen des Wochenende oder das Krönungspaket mit dem Hotel Galanta dazu, einfach alles dabei, was man braucht.